Was ist denn die Gile? Was ist denn die Gile? Wie geht's denn? Sie muss blau sein, das war schon immer so. Zeigt, was immer ihr wollt, aber macht sie blau. Hallo, junge Dame. Warum denn so traurig? Da ist ein Junge, den ich wirklich mag, aber sein Vater... Oh, pass auf! Da! Entschuldige bitte, mir war nicht klar, wie lange der alte Knödler sein Geschäft nicht mehr verrichtet hat. Bald schon wird er fertig sein. Oh, vielleicht doch nicht. Klingt gar nicht nach Entleerung, stimmt's? Klingt eher, als würde jemand Sandwiches von einem Dach werfen. Vorsicht da unten, oder? Sehen aus wie Hacky-Sex. Man sollte aber nicht gegen einen treten. Alles Klärchen, nun scheint er endgültig fertig zu sein. Noch einen schönen... Du liebe Zeit! Er muss sich wieder am Hühnerfutter gelabt haben. Er sollte wissen, dass er das nicht verdauen kann, aber so findet er es wenigstens raus. Du solltest vielleicht den Mund zumachen. Und beeil dich! Oder wir kriegen größeren Ärger als ein Dicker in einem Wasserpark. Komm schon, Dad! Gehen wir auf die Wasserrutsche! Da passe ich nicht rein. Ich habe Angst, stecken zu bleiben. Ich lege mich in den Lazy River. Aber Dad! Nein, Junge. Das ist das Leben, das ich gewählt habe. Ich lege mich in den Lazy River. Was habe ich euch über das Essen von ungekochten Antilopen gesagt? Bum! Niemand will von dir fingergebumst werden, Meg. Geh nach oben und mach das bei dir selbst. Ich glaube, mir wird schlecht. Hey, Dad! Du hast Post bekommen. Eine Karte? Das ist so eine Karte, wo man eine eigene Nachricht aufzeichnen kann. Dann mach sie auf. Hi, Peter. Herzlichen Glückwunsch. Wir gratulieren dir aus Virginia. Bis dann. Gut, Donner. Ich bin fertig. Ich bringe das zur Post. Ach, Scheiße. Guten Tag, Officer. Wissen Sie, wie schnell Sie gefahren sind? Äh, nein, Sir. Willst du frech werden? Wo hast du das Auto her? Oh, kommen Sie, Mann. Aussteigen, sofort. Ich habe nichts verbrochen. Hände auf den Rücken. Hey, Vorsicht. Oh, Widerstand leisten. Auf den Boden. Au. Hey, komm zurück. Oh, mein Arm. Oh, ich glaube, hier bin ich in Sicherheit. Ich glaube, hier ist da lang. Mach die Karte zu. Es geht ihm bestimmt gut. Es geht ihm bestimmt gut.